Liebe Gemeinde, der Predigtext ist auch so aus dem gelesenen Abschnitt der letzte Teil, die letzten Verse, die Verse 19 bis 22, ich lese die noch einmal vor. Das ist Gottes Wort, Ruth 1, Abvers 19. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihres Wegen, und man fragte, ist das die Naomi? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? So kehrte Naomi zurück, und mit ihr Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte, und sie kam am Anfang der Kerstenernte nach Bethlehem. Bis soweit. Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, die Überschrift, das Thema ist also dunkle Wolken. Da schaust du dir vielleicht auch manchmal den Himmel an. Ich denke, das ist immer schön, mal auch nach oben zu schauen. Ich sage das auch bei den Stadtführungen immer, wenn man in einer fremden Stadt ist, muss man nicht nur auf den Boden schauen, wo man geht, sondern auch hinaufschauen, weil oben sind auch viele Dinge zu entdecken. Und so ist es auch mit dem Himmel. Es ist schön, wenn es einen blauen Himmel gibt und die Sonne strahlend scheint, aber es ist auch bewunderenswert, wenn es Wolken am Himmel gibt. Und es ist faszinierend, die Wolken mal besser zu betrachten. Manche entdecken da viele Sachen. Manchmal sehen die Wolken aus wie ein Kreuz. Oder jemand sagte mal, er sah die Wolken in der Form einer Landkarte von Österreich und hat so gewusst, er musste nach Österreich als Missionar. Oder andere sehen, ja, wieder andere Dinge in den Wolken. Der andere sieht vielleicht ein Gesicht oder ein Schaf. Der Himmel ist irgendwie fesselnd. Und eigentlich tun wir das viel zu wenig, dass wir hinaufschauen und schauen, was hat die Luft uns heute zu sagen. Was will Gott uns aus dem Himmel erzählen? Außer, dass wir über buchstäbliche Wolken sprechen, können wir auch über symbolische Wolken in unserem Leben reden. Wenn dunkle Wolken sich über deinem Leben zusammenziehen, dann hast du eine schwierige Zeit oder dann kommt etwas Mühsames auf dich zu. Und vielleicht erfährst du es auch gerade so, dass das in deinem Leben so ist. Manche Ereignisse, die bevorstehen, können sich wie dunkle Wolken anfühlen. Dass es finster ist und dass du, wenn du hinaufschaust, auch nur diese dunklen Wolken siehst. Ja, und wenn wir hier dunkle Wolken sehen, seit kurzem haben wir dann in Übelbach auch ein bisschen mehr Furcht. In letzter Zeit haben wir schreckliche Unwetter in der Steiermark, die mancherorts zu Überschwemmungen und zu großen Problemen führen. Und so kann man auch richtig Angst bekommen, wenn man sieht, wie dunkle Wolken sich zusammenpacken. Aber dunkle Wolken bedeuten immer mehr als nur, dass es schwierig ist und dass Probleme kommen. Es ist von den dunklen Wolken in deinem Leben auch einiges zu lernen. Und das hat Naomi lernen müssen. Und ich denke, wir müssen das auch jedes Mal aufs Neue lernen. Das Thema ist also dunkle Wolken. Ich habe drei Punkte. Erstens, dunkle Wolken nehmen die Sicht. Zweitens, dunkle Wolken verbergen die Sonne. Und drittens, dunkle Wolken enthalten Segen. Noch einmal, wenn du es aufschreiben willst, dunkle Wolken nehmen die Sicht. Dunkle Wolken verbergen die Sonne. Und dunkle Wolken enthalten Segen. Zuerst also, dunkle Wolken nehmen die Sicht. Ja, wir verfolgen in dieser Predigt weiter die Geschichte von Ruth und Naomi. Und das letzte Mal haben wir gesehen vorige Woche, wie Ruth sich entschieden hatte, bei Naomi zu bleiben, weil sie dem lebendigen Gott dienen will und ihre Kötzen hinter sich lässt. Auch hier in Vers 22 wurde wieder klar, sie wandte sich vom Land Moab ab. Das sagt viel mehr als nur, dass sie in eine bestimmte Richtung ging. Sie wandte sich vom Land und vom Volk und von den Kötzen von Moab ab. Und hier sehen wir dann, wie Naomi und Ruth zusammen in Bethlehem ankommen. Nach einer langen, wahrscheinlich erschöpfenden Reise ist es soweit. Sie kommen in Bethlehem und humpeln in die Stadt rein. Und ich stelle mir vor, das bleibt nicht unbemerkt. Sofort fängt es in der kleinen Stadt zu schwirren an. Die Neuigkeit verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Noch bevor die Frauen in der Mitte der Stadt sind, ist es schon am anderen Ende der Stadt bekannt. Naomi ist wieder da. Wie bitte? Naomi? Lebt sie denn noch? Boah, das ist eine Weile her. Und alle Frauen beeilen sich, um einen Blick von der Naomi zu bekommen. Ja, dort geht eine alte Frau. Ist das die Naomi? Ja, das muss sie sein. Und neugierig sehen sie sie an. Sie hat sich wohl sehr stark verändert. Woher kommt das? Und sie fangen an, sich zu fragen, wo ist eigentlich ihr Mann und wo sind ihre Kinder? Es soll doch nicht so sein, dass die... Und wer ist dann wohl die Ausländerin, die mit ihr geht? Ist das die Naomi? Fragen die Frauen, lesen wir in Vers 19. Ja, wie kann ein Mensch sich durch Kummer und Mühe im Leben verändern? Der Verlust ihres Mannes und ihrer Söhne hat wohl tiefe Spuren hinterlassen, nicht nur in ihrer Seele, sondern auch in ihrem Gesicht. Ja, manchen Menschen sieht man an, dass sie durchs Leben, fürs Leben gezeichnet sind. Man sieht die Entbehrungen, die Menschen erlitten haben in ihren Augen. Es kann sein, wenn du mit Flüchtlingen zu tun hast, die eine lange Reise hinter sich haben und dann jetzt in deiner Nähe wohnen. Es können auch deine Nachbarn sein, die so einiges im Leben miterlebt haben oder auch deine Geschwister in der Gemeinde. Was für eine Menge Elend gibt es in der Welt und was haben Leute viel zu leiden? Schau dir mal den geschädigten Mann an. Schau dir mal jene missbrauchte Frau an. Schau dir mal das Kind an, das sich überflüssig fühlt. Ja, manchmal muss man schon etwas besser hinschauen, denn wir geben uns oft Mühe, es zu verbergen, denn wir wollen nicht, dass alle es sehen. Wir verstecken gerne unsere schwierigen, unsere mühsamen Gefühle. Manche Frauen trauen sich nur mit viel Make-up außer Haus. Manche Menschen versuchen es zu verbergen, indem sie sich aus die Arroganz in Person zeigen und tun, als ob sie alles im Griff haben, aber inzwischen sind sie so armselig. Auch der Naomi sieht man es an und sie geht offen damit um. Ist das die Naomi, fragten die Frauen, aber das schon kann sie nicht hören. Dieser Name alleine ist für sie schon zu schmerzhaft. Ihr schöner Name bedeutet lieblich, Liebling, aber das trifft überhaupt nicht auf sie zu, denkt sie und deswegen sagt sie, Vers 20, nennt mich nicht Naomi, sondern nennt mich Mara. Mara, das bedeutet Bitterkeit. Denn, sagt sie dann, der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Ich stelle mir vor, wie es sich den Frauen erzählt, wie es ihr ergangen ist. Als sie weggingen, war es am Anfang gut, wir hatten zu essen, hier war Hungersnot, aber dort war es gut. Ich hatte meinen Mann, meine Söhne. Aber bald ging es schon schief. Seitdem ist meine Welt voller Kummer. Alles wurde mir weggenommen. Mein Mann, meine Söhne. Nun passt der Name Naomi nicht mehr. Nennt mich lieber Mara Bitterkeit, denn so fühle ich mich auch. Ja, man kann sich schon gut vorstellen, dass Naomi bitter geworden ist, oder? Und es gibt so viele Menschen, die bitter oder zynisch geworden sind im Leben. Manche sehen alles nur noch negativ, haben überhaupt keine Hoffnung mehr und auch wenn andere positiv sind oder hoffnungsvoll, reden sie das wieder runter. Und viele Menschen geben dann auch oft Gott dafür die Schuld. Man sagt ja wohl, viele Leute glauben nicht an Gott, geben ihm aber trotzdem für alles die Schuld. Es ist auffallend, wie Naomi das hier in Worte fasst. Denn, Vers 20, der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi? Dadurch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat. Was hältst du davon, dass sie so reagiert? Dass sie das so sagt? Und wie würdest du darauf reagieren? Wenn du ihr Pastor wärst oder ihre Schwester in der Gemeinde? Es ist irgendwie bemerkenswert, wie Naomi über Gott spricht. Und es ist schwierig einzuordnen, wie sie das jetzt meint. Ist sie böse auf Gott? Gibt sie Gott, der die Schuld? Es sieht einigermaßen so aus. Verabschiedet sie sich von Gott? Sagt sie, ich habe die Nase voll von Gott. Das nun auch wieder nicht. Sie ist gerade nach Bethlehem zurückgekehrt, weil sie gehört hatte, Vers 6, dass der Herr sein Volk heimgesucht hatte. Ihre Worte sind hier eigentlich eine Mischung aus Resignation und Hoffnung. Aus Vorwerfen und Erwarten. Denn sie nennt Gott doch den Allmächtigen. El Shaddai. Gott, der Allmächtige, der alles kann. Er hätte das Leid in ihrem Leben verhindern können, aber er hat es nicht getan. Andererseits ist er immer noch derjenige, der nun wieder ihr Leben zum Guten wenden könnte. El Shaddai. Der Allmächtige hat sie gedemütigt und betrübt. So sieht sie das auch so. Wie würdest du das sehen? Es geht hier darum, wie wir Gott in Beziehung zu den Schwierigkeiten in unserem Leben sehen. Wo kommen die dunklen Wolken her? Es gibt viele Leute, die sagen, Gott hat nichts damit zu tun. Dunkle Wolken, Schwierigkeiten, das kann nicht von Gott kommen. Alle Schwierigkeiten im Leben sind vom Teufel und sind von unserer eigenen Sünde. In bestimmter Weise ist das auch so, denn alle Sünde, alles Elend kommt natürlich, ist in die Welt gekommen durch den Sündenfall, durch die Sünde der Menschen und die wurde dazu angestiftet von dem Teufel. Als Adam und Eva Sündigten haben sie somit das ganze menschliche Geschlecht ins Elend gestürzt, auch uns. Auch dadurch sind wir in Sünden empfangen und geboren. Aber es heißt deswegen nicht, dass Gott nun nichts mehr mit unserem Elend zu tun hat. Gott lässt uns nicht fallen und hält uns immer noch in seiner starken Hand. Ja, er lässt es zu, dass schwierige Sachen in deinem Leben passieren und es ist Teil seines Plans, aber er hält dich darin fest und gibt Kraft und Trost. Und wir haben es schon bekannt, gerade heute war dann der Artikel über Gott, den Allmächtigen Vater dran. Wir haben es schon im Katechismus gesehen. Was glaubst du, wenn du sprichst? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Ich glaube, dass er mein Gott und mein Vater ist, dass er alles erschaffen hat und er hält und regiert sie noch immer durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Auf ihn vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe. Und ja, das finden wir alles noch sehr schön und gut und geht es dann weiter, und auch alle Lasten, die er mir in diesem Leben auferlegt, mir zum Besten wendet. Er kann es tun als ein allmächtiger Gott, El Shaddai, und will es auch tun als ein getreuer Vater. Und dann wird in dem 10. Sonntag, Frage 27 und 28, weiter ausgeführt. Was bedeutet diese Vorsehung Gottes? Und das sind Worte, da kann man schon damit ringen, das ist nicht immer so einfach zu akzeptieren, aber gerade dieses Bekenntnis gibt doch auch viel Halt und Trost und Kraft. Aber noch einmal, wegen der dunklen Wolken sehen wir das nicht immer so gut. Und dann können wir auch manchmal böse werden auf Gott. Dann können wir auch bitter werden wie Naomi. Und das ist irgendwie verständlich, aber das hat dann auch damit zu tun, dass du nicht alles siehst, dass du nicht alles weißt. So nehmen die dunklen Wolken die Sicht auf Gott. Dunkle Wolken nehmen die Sicht. Sie nehmen die Sicht auf Gott. Und auf noch eine andere Art können die Wolken deine Sicht verhüllen, das sehen wir auch bei der Naomi. Sie hat vieles erlebt, das stimmt schon. Aber will das sagen, dass sie jetzt ganz leer zurückgekommen ist, wie sie sagt, vollzeugig aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Aber stimmt das? Sie steht doch nicht alleine dort. Wer ist bei ihr? Wer ist ihre treue Begleiterin? Sie hat doch noch Ruth. Ruth bedeutet so viel wie Freundin. Es ist doch großartig, dass Ruth mit ihr gegangen ist und gemeinsam mit ihr dem Herrn dienen will und dass sie diese alte Witwe beistehen will. Wieso sagt sie, leer bin ich zurückgekommen? Warum sagt die bittere Naomi das so? Weil die dunklen Wolken ihr die Sicht genommen haben. Weißt du das nicht auch manchmal? Es passiert etwas Schwieriges in deinem Leben und dann wird das so groß, dass es scheint, als ob es nichts Gutes mehr in deinem Leben gibt. Dann bewirken die dunklen Wolken, dass du überhaupt kein Licht mehr siehst, obwohl das immer noch da ist. Trotz Mühen und Sorgen gibt es doch noch immer vieles, wofür man tanken kann. Aber die dunklen Wolken nehmen dir da die Sicht. Das war der erste Punkt. Dunkle Wolken nehmen die Sicht. Und zweitens, dunkle Wolken verbergen die Sonne. Man sagt ja bekanntlich, hinter den Wolken scheint die Sonne. Und es ist wahr, auch wenn es ein Argument ist, das manchmal nicht viel hilft und eine Diskussion nur tot schlägt. Aber es ist wahr. Vor allem im Glauben ist es wichtig, zu sehen, dass die Sonne immer da ist, auch wenn du sie nicht siehst. In der Bibel ist die Sonne Symbol für Gottes Güte und Licht, womit er für seine Kinder sorgt. Zum Beispiel im Psalm 84 sagt uns das Gottes Wort am Ende Psalm 84 Vers 12 Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt dem, versagt er nichts Gutes. Gott ist Sonne und Schild. Und die Sonne ist auch Symbol für Jesus Christus. Im Buch Malachi, im letzten Buch des Alten Testamentes wird angekündigt, dass Jesus kommt und das passiert mit den Worten in Malachi 3 Vers 20 Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Wer ist da gemeint? Das ist der Herr Jesus Christus. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Bei Jesus Christus finden wir Heilung. Und das ist eine reiche Verheißung und ein trostvolles Wort. Hinter den Wolken scheint die Sonne, aber Naomi sieht es nicht. Sie fürchtete schon irgendwie den Namen Gottes, denn sie nennt ihn El Shaddai, Gott den Allmächtigen, aber sie sahen nicht, dass er auch die Sonne in ihrem Leben aufgehen lassen würde. Sie hatte keine Hoffnung mehr. Oh Naomi, wenn du nur wüsstest, was alles noch passieren wird, wenn du nur wüsstest, was Gott mit dir und Ruth noch vorhat, wenn du nur wüsstest, dass gerade durch deine Schwiegertochter letztendlich diese Sonne in Israel scheinen wird, ja sogar die ganze Welt beleuchten wird, dann würdest du jetzt wohl anders reden, oder? Aber wegen der dunklen Wolken siehst du es wohl nicht. Und ja, vielleicht kennst du das auch. Du weißt schon, dass Jesus da ist und dich liebt. Und was gibt es schöner als das, zu wissen, Jesus ist da und er liebt mich. Welch ein Freund ist unser Jesus. Aber wegen der dunklen Wolken in deinem Leben siehst du es nicht und achtest du nicht darauf. Vielleicht denkst du sogar, ich habe mir diese dunklen Wolken selbst verdient. Ich habe mir das alles selbst eingebockt. Es ist meine Schuld, dass ich in diesem Elend stecke. Und manchmal ist es auch so. Wir haben gehört vor einigen Wochen in der ersten Predigt, dass Eli Melech und Naomi sündige Entscheidungen getroffen haben. Und es kann auch sein, dass unsere sündige Entscheidungen zu Problemen in unserem Leben führen. Aber es gibt nicht immer einen direkten Zusammenhang zwischen der Sünde in unserem Leben und dem Elend, in dem wir stecken. Und das ist wichtig zu betonen, weil in manchen christlichen Kreisen doch gesagt wird, wenn du krank bist, dann wirst du wohl gesündigt haben. Wenn du Keilprobleme hast, dann hast du gesündigt, dann hast du nicht genug Glauben. Und dafür müssen wir doch auch warnen und sagen, es gibt nicht immer einen direkten Zusammenhang zwischen der Sünde in unserem Leben und dem Elend, das wir erleben. Es heißt aber nicht, dass wir nicht unser Leben erforschen sollen, ob es eine Sünde gibt, aber noch einmal, es gibt nicht immer einen direkten Zusammenhang. Wenn du Jesus Christus kennst, aus deinen Herrn und Heiland, dann musst du auch nicht mehr Angst haben vor der Strafe für die Sünde. Vielleicht hast du noch mit den Volken der Sünden zu tun, aber es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, weil er das Urteil getragen hat. Und so ist er die Sonne geworden, die Gerechtigkeit ist, die Sonne der Gerechtigkeit und er bringt Gerechtigkeit und hinter den Wolken scheint er in deinem Leben, wenn du gläubig bist. Vielleicht werfen andere dir alles Mögliche vor, vielleicht klagt dich dein Gewissen an, aber du darfst diese Zuversicht haben. In Christus bin ich von der Verdammnis befreit und bin ich Teil, habe ich Teil an Christi Gerechtigkeit. Ja, dennoch kann man sich erringen und kämpfen mit den dunklen Zeiten, mit den dunklen Wolken, auch die, die in deinem eigenen Herzen sind und wir kriegen oft keine Antwort auf die Warum Frage, aber wir dürfen schon wissen, dass Gott uns liebt und manchmal erfährst du das gerade durch das Leiden hindurch. William Cowper, der Dichte des Liedes, das wir nach der Predigt singen werden, sagt es so, in der zweiten Strophe, in der Mitte, bewerte nichts nach Augenschein, vielmehr vertraue ihm, denn hinter allem, was geschieht, sein guter Wille steht. Bewerte nichts nach Augenschein, vielmehr vertraue ihm, denn hinter allem, was geschieht, sein guter Wille steht. Der Orgenaltitel des Liedes ist God Moves in a Mysterious Way und es ist bemerkenswert, dass William Cowper das so schreiben konnte, denn sagt uns Wikipedias, seit seiner Kindheit litt der melancholische Cowper an schweren Depressionen und versuchte mehrmals sich das Leben zu nehmen. Aber trotz der Tatsache, dass es so dunkel war in seinem Leben, schrieb er diese Sätze. Er wusste, die dunklen Wolken verhüllen die Sonne, aber das heißt nicht, dass die Sonne nicht mehr da ist. Ja, die schwierigen Zeiten im Leben verbergen manchmal Gottes Angesicht und das ist auch die Frage, der Schrei in Psalm 13, mein Gott, warum und wie lange noch verbirgst du dich? Aber Gott ist gut und mild, daran gibt es gar keinen Zweifel. Dunkle Wolken verbergen die Sonne und zum Schluss drittens, dunkle Wolken enthalten Segen. Manchmal kann man es den Wolken ansehen, sie sind voller Regen und dann dauert es nicht lange, bis es wie aus Eimern kießt. Und wie gesagt, hier im Überwachetal haben wir schon Respekt davor bekommen. Einerseits, auf der anderen Seite, dass es viel geregnet hat in letzter Zeit, ist doch auch der Grund, dass es jetzt so schön grün ist in der Steiermark, dass die Steiermark jetzt mit Recht das grüne Herz Österreichs ist. Denn als wir diese Woche noch nach Baden fuhren, sahen wir, wie es langsam trockener und gelber wurde, dann habe ich schon gedacht, wir werden das Grüne in der Steiermark noch vermissen. Und deswegen könnte man auch sagen, Regen ist Segen, oder? Das gilt in unseren Tagen, wenn es zu trocken ist, aber das hat immer schon gekolten, man kannte das in der Bibel auch. Regen ist Segen. Naomi sah die dunklen Wolken und war bitter. Sie meinte wohl, dass Gott sich gegen sie gewandt hatte, aber aus der Fortsetzung der Geschichte stellt sich heraus, dass das gar nicht der Fall war. Und ich denke, dass sie trotz ihrer Worte doch auch auf Gott hoffte. Denn warum war sie sonst nach Bethlehem zurückgekehrt? Sie kam dort an, hin- und hergerissen zwischen Furcht und Erwartung, zwischen Angst und Hoffnung. Würde Gott sich ihrer trotz allem erbarmen? Das Wunderbare ist dann, dass wir lesen, dass Gott sich tatsächlich erbarmt hat. Der letzte Vers des ersten Kapitels lautet, so kehrte Naomi zurück und mit ihr ruht die Mauerbitterin ihrer Schwiegertochter, die sie vom Land Moab abwandte und sie kamen am Anfang der Kerstenernte nach Bethlehem. Was war in Bethlehem, als sie ankamen? Eine Ernte. Die Kerstenernte. Das war ein Segen. Es war so schlimm gewesen in Bethlehem, es hat eine Hungersnot gegeben, aber der Herr hat sich seines Volkes gnädig angenommen und ihm wieder eine Ernte gegeben. Es gab wieder Brot im Haus des Brotes. Es war wieder Lechem in Bethlehem, was bedeutet Haus des Brotes. Aber der Anfang der Kerstenernte bedeutet hier nicht nur, dass es wieder zu essen gibt, es ist die Eröffnung des Restes der Geschichte. Es ist eine Geschichte voller Segen und das Wunderbare ist, gerade durch das Leid, das Naomi widerfahren war, sind die Mittel da, wodurch Gott sie segnen wird. Auch das darf uns Hoffnung bereiten. Gerade durch die Widrigkeiten im Leben kannst du irgendwie vorbereitet werden, um von Gott gesegnet zu werden. Nicht, dass die Schwierigkeiten nicht mehr schwierig sind, aber sie können dich darauf vorbereiten, dass du umso mehr von Gottes Segen erfahren darfst. Und wie wird Naomi gesegnet werden? Sie sagte, dass sie leer heimgekehrt sei. Eine andere Übersetzung sagt, mit leeren Händen. Ich sagte schon, da hat sie rot wohl übersehen, aber die Geschichte zeigt uns, wie die leeren Hände reichlich geführt sein werden. Aber die leeren Hände ist das nicht, wie auch wir zu Gott kommen dürfen und sollen. Wir brauchen ihm nichts anzubieten. Wir brauchen ihm nichts zu bringen. Wir sind in uns arme Sünder, aber wir dürfen einen reichen Christus kennen, der uns mit seinem Segen erfüllt und das ausgiebig tut. In Christus ist Vergebung, Erneuerung, Befreiung, Heilung und Wiederherstellung, Hoffnung und ewiges Leben. In ihm ist der Segen. Bist bist du schon mit leeren Händen zu ihm gekommen? Oder denkst du immer noch, dass du etwas bringen musst? Dein gutes Verhalten oder deine Reue, deine Tränen? Wir müssen nichts bringen. Leere Hände, das sind Hände, die sonst alles losgelassen haben. Leere Hände, das sind also keine gebaute Fäuste, nein, komme zu Gott mit der Leere deiner Zeele, komme mit deinen leeren Händen. Gerade wenn du jetzt dunkle Wolken in deinem Leben erfährst, darfst du deine Hände öffnen, um Gottes Segen zu empfangen. Das ist der Anfang der Kersten Ernte. Diese Ernte fand statt zwischen Ostern und Pfingsten. Der Anfang dieser Ernte war um die Zeit des Passars. Für die Juden damals die Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten mit bitteren Gewürzen einerseits, aber andererseits ein Fest wegen der Freiheit. Für uns Christen ist es die Zeit von Karfreitag und Ostern. Wir erinnern uns Jesu bitteren Kreuzestod aber auch seine Auferstehung. Bitter wegen der Sünden, aber vor allem fröhlich, weil er die Sünden weggetan hat und von den Toten auferstanden ist. Es war der Anfang der Kerstenernte. Die Erstlinge wurden vom Acker geholt und von Christus wird in 1. Korinther 15 gesagt. 1. Korinther 15 Vers 20 er ist der Ersling der Entschlafenen geworden. Und die Erslinge zeigen immer etwas davon, wie groß die Ernte, die große Ernte sein wird. Und um zu sehen, wie ausgiebig wir gesegnet werden bei der letzten Ernte, sollen wir auf Christus, den Ersling schauen. Was für ein Segen ist es, so einen Heiland zu kennen und ihm dienen zu dürfen. Er hat gelitten. Er ist gestorben und begraben, aber auch wieder auferstanden. Er ist zum Himmel aufgefahren und teilt von dort seinen Segen aus, gerade manchmal durch die dunklen Wolken in unserem Leben, hindurch Regen ist Segen. Schaust du dir manchmal den Himmel an? Das ist oft fesselnd. Es ist prächtig, wenn es einen blauen Himmel gibt und die Sonne strahlend scheint, dann kann man unbekümmert ins Freibad gehen, aber wie oft passiert das? Meistens gibt es Wolken, mehr oder weniger, heller oder dunkler, aber schau weiter. Du siehst es vielleicht nicht immer gleich gut, aber schau weiter, denn hinter den Wolken scheint die Sonne und dort im Himmel ist Jesus Christus. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit und er ist der Morgenstern, der in unseren Herzen aufgeht. Mit ihm, mit Jesus ist auch dein Leben, wenn du an ihn glaubst, verborgen in Gott. Und er segnet dich manchmal gerade durch die dunklen Wolken. Und so lassen wir uns ermutigen mit dem Liedtext von William Kauper. Komm, fasse wieder neuen Mut. Die Wolken über dir sind angefüllt mit Segensflut, die auf dich kommen wird. Gott bringt uns nicht sofort ans Ziel. Er führt uns Schritt für Schritt. Auch das, was erst sehr schwer erscheint, wirkt doch zum Guten mit. Vertraue Gott und glaube ihm und zweifle doch nicht mehr. Gott kommt zum Ziel zu seiner Zeit, dann wirst du es verstehen. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort und für die Hoffnung, die wir darin finden, dass du, Herr Gott, der Allmächtige bist, El Shaddai, und dass wir zu dir mit leeren Händen kommen dürfen. Ja, manchmal machst du uns selbst auch zuerst leer, weil wir so stolz sind und so viel bringen wollen, aber wirke, Herr, mit deinem heiligen Geist und mach uns leer vor dir, dass wir völlig vertrauen auf christliche Rechtigkeit und nur ihn angreifen, nur ihn annehmen als unseren Retter und auf nichts in uns selbst bauen, vertrauen wollen. Und Herr, wenn wir deine Kinder sein dürfen, aber schwere Zeiten erleben und uns fragen, wie geht es jetzt weiter? Ich sehe nicht mehr als nur den nächsten Schritt. Lass uns dann doch gewiss sein. Du Herr, gehst selber mit. Du bist unsere Hoffnung. Wir sind dein Eigentum. Das ist unser Trost im Leben und im Sterben. Halleluja. Amen.